Aber ich muss auch sagen, die BAL gefällt mir richtig gut. Die BAL? Ja, die ist von DAL, reicht. Jaja, ha ha ha. Hat die von Amazon, die heilig liefert, ne? Ja. Witzig, lustig, man. Ja. Was geht, Leute? Mein Name lautet DAL I B B B B B NICH. Willkommen zu einem neutem Video hier auf meinem Kanal. Und auf... Meinem Kanal, Freunde. Was geht ab? Und ich bin hier gerade meinen eigenen Typ am erstellen. Weil meiner sah eben echt dumm aus. Und deswegen werde ich jetzt hier meinen... Ja, meiner sieht auch richtig scheiße aus, Alter. Er hat so eine richtig normale Jacke und so einen richtigen Sobotterhelm. Oder was ist das? Ach so. Ich gucke mal, ob ich... Oh, ich muss so eine scheiß Ausrüstung nehmen. Ja, logisch. Wenn ich Kugeln abbekomme, ist es dann noch nicht so erfreulich. ich würde gerne zum zombie werden digga wie kann ich es werden wie kann ich zum zombie werden müssen wir ein season pass holen dann geht das season pass ja dein ernst ja ich habe voll scheiß alter ich weiß muss das so ist das so hier also das geile ist ich erkenne dich alle wieder also von der story ich bin ja die story gerade ich mein single player let's play auf meinem zweiten kanal auf meinem let's play kanal und ja ich fange schon mal an ja was willst du spielen abschließt bestätigt und ich muss sagen ich finde es cool dass man die wir hier wieder sieht im multiplayer weil ich spiele den single player letzt ein single player display mache ich gerade und ja bald ist es auch soweit 17 11 habe ich meine gute internetleitung endlich mal wieder darauf warst du ja echt wie lange hast du darauf gewartet monat ja ich habe ja internet das ist ja wenigstens das was zählt aber ich muss sagen wenn man ein jahr lang oder eineinhalb jahre so eine gute richtig gute internetleitung hatte und die videos einfach nur hochgeladen hat bis zum geht nicht mehr und keine probleme damit hatte und auf einmal ist man so so weiß ich meine so ne genau das wollte ich dann ist man ja fertig einfach das nervt einfach gut wir haben ja gesagt man joint in keine spiele sein weißt du aber man tut's doch aber ich glaube wenn man in spiele sein joint dann ist es meistens so dass es gleichstand ist oder relativ am anfang oder relativ am anfang eins von beiden ja also kommt es mir mal vor ich bin noch nie in spiel reingejoint was jetzt kurz bevor end also ja guck mal wir sind am anfang lol ja stimmt da hast du recht aber haben die auch guten job gemacht ja aber ich glaube das ist auch gar nicht möglich dass man nicht in ein fertiges spiel sein joint weißt du wieso warum weil leute hier auch raus steuern weißt du wenn die raus steuern dann sind die nur allein im team ja ich meine ich weiß was du meinst ja leute sind wir hier hast du das immer wenn ich von oben jemanden runterlaufen sehe egal ob jetzt einer von meinen oh man ich habe da irgendwie keine fokussieren ich weiß nicht was los ist heute habe ich extrem rumgeschrien also das war nicht mehr normal wegen rings von überall ja ich habe rumgeschrien bis zum geht nicht mehr ich wollte es aufnehmen aber das wollte ich den zuschauer nicht antun oh man ich weiß nicht wo die sind sehr nice dann bitteschön aber ich habe keine konzentration gerade fack so besser hinter mir für bist du ich mal teammate da wollte ich die scheiß marke einsammeln und werde getötet also ja heute kann man darüber sprechen was ist deine absolute hass mit bis jetzt hier das problem ist ja probleme mit namen ich habe ich kann dir ich kann dir den namen nicht sagen okay also das ding ist ich weiß den namen wirklich nicht ja bei mir ist auf jeden fall kann ich immer sagen freunde instinkt finde ich momentan echt scheiße weil es ist eine absolute sniper map ja weißt du welche meine die im wald was okay jaja ich verstehe ja scheiße alter weiter weiter geht weiter geht wenn das die map hier und die fand ich gar nicht so schlecht defender komm schon was denn das für ein namen wusste gar nicht dass in der mitte so viel action abgeht ich dachte immer in der mitte gibt es richtig viel action ab digger ja ich weiß ich habe es gerade auch gemacht ich habe ich habe das gar nicht bemerkt so wirklich wenig munition jetzt schon oh man und natürlich wird immer ich werde immer von irgendwo gekillt ich verstehe das nicht ich habe echt auch munitionsprobleme und so ist echt nicht so schön aber oh shit oh mein gott nein komm schon oh nein man und ist auch dass die pistolen hier ziemlich schwach sind die pistolen sind unnötig ich habe nicht meine secondary ich habe keine secondary also jetzt habe ich hier schon eine weil ich noch nicht meine gesamte klasse habe aber im großen und ganzen sind secondary sehr 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 schwach einfach weißt du unnötig vielleicht nicht aber schwach das ja das hier kommt hier lang so der ich habe ich gesehen mein freund schwächel gerade so ein bisschen muss ich sagen was machst du schwächel gerade echt ja ich habe heute also ich weiß nicht heute war allgemein so ein komischer tag Ich versuche mich auch weniger aufzuringen, weil ich habe das Gefühl, sobald ich mich einmal so richtig ausraste, weißt du, habe ich Schwierigkeiten noch zu spielen. Ich bin heute wirklich so ausgetickt und das war wirklich schon so ein bisschen zu viel so. Deswegen, ich versuche das zu vermeiden eigentlich. Wow, das ist so nice, man. Ich habe eine Drohne, Baby. Ich habe eine Baby nicht gemeint, ne? Ja, Baby. Ja, okay. Bin ich gut, Alter. Ja, okay, Schatz. Und ihr müsst auch wissen. Ne, das ist bald schon. Das bald schon, Alter. Okay, ich weiß jetzt selber nicht, was du meinst, aber okay. Digga, sag einfach ja, wir bald schon. Alles klar, du hast recht. Oh shit, Mann. Oh mein Gott, was für ein Aim gerade. Aim ist nicht so meine Schwäche, nur bei Ranks. Jetzt kommt die Drohne vom Papa. Los geht's, Alter. Bei Ranks ist das Aim am schlimmsten bei mir, Alter. Boah, direkt ein Punch gegeben. Ich liebe es, ein Punch zu geben, weil ich der Punchy bin. Der Punchy, der Punchy, der Punchy-Spunchy. Ich habe dir gesehen, dass der neben mir ist, aber ich habe gedacht, der hätte mich nicht gesehen. Ich sterbe einfach die ganze Zeit, ich kriege es nicht mehr hin, Alter. Oh, jetzt komme ich mit meiner geile Abschlussserie. Wie heißt die? Vulkan und Vulkanus oder so? Vulkan. Mal gucken, ob ich hier jetzt... Die hasse ich. Ich weiß nicht, mit dir du machst Henkel. Das war mir zumindest immer so. Oh shit. Was zum Teufel macht der da hinter mir? Ich sollte mehr Tags aufheben, ich vergesse das immer. Ja, ich habe auch keinen getroffen. Ich muss mehr Tags aufheben. Deswegen, wir sind zwar am Führen, aber wir heben einfach keine Tags auf. Das ist das Problem. Weil ich will die Spieler auch gewinnen, weißt du? Ja, ja, klar. Oh, da hinten. Geh mir das. Ich scheiße jetzt mal ein bisschen weniger auf meinen Score und versuche mehr Tags aufzusammeln. Dass unser Team da durchgewinnt oder profitieren kann. Ah shit. Boah. Einer noch von hinten. Ja, diese Runde läuft gar nicht so schlecht bei mir, Freunde. Das ist nice. Das ist nice auch mal zu... Nein, Spaß. Du Wichser. So. Aber ich muss auch sagen, die BAL gefällt mir richtig gut. Die BAL? Ja, die ist von der... Ja, ja. Hat die von Amazon die Heiligen liefert, ne? Witzig. Lustig, man. Ja. Ach ja, ich muss... Ach, scheiße. Oh, Turn-On. Turn-On des Todes gegeben, Freunde. Oh, mein Gott. Ja, diese, diese... Komm schon, diese Abschluss-Serie ist so nötig. Drohne raus. Oh, mein Gott. Oh, ich habe ihn... Oh, Mann. Was ist denn für eine Empflichtkeit hast du noch mal? 6.000. Nein, ich habe 4. Ah, okay. Ich habe die gar nicht so hoch. Weil ich aus Entfernung sonst nicht so gut aimen kann. Ich verstehe gerade nicht, was es soll, Alter. Oh, mein Gott. Komm her. Was soll ich nach vorne gehen? Ich weiß es nicht. Digga, was mache ich da? Wo bin ich? Was mache ich hier? Ernsthaft? Digga, wusstest du, dass du hier unter Wasser sein kannst? Ja. Ich habe gerade eben unter Wasser jemanden gemessert. Ich bin gestorben, weil ich unter Wasser war. Zu lange. Wir haben die Kontrolle verloren. Ich dachte immer, ich kann da durchschwimmen. So. Oh, Bombardierung. Wie hole ich denn raus? So. Und da hole ich uns jetzt mal einen kleinen Vorteil. Da kommt meine Bombardierung. Schön. Nur einen Kill geholt. Ich bin sehr stolz auf dich. Ja, andere haben auch mehr Glück als ich. So, mein Vulkan ist wieder bereit. Los geht's, Alter. Digga, ich... Oh, Mann. Alter, heute habe ich einen Lauf, Alter. Heute habe ich einen Lauf. Ich habe keinen Lauf, Alter. Ich spiele nicht so toll. Zack, den haben wir... Oh, da sind noch zwei Stück. So, mal sehen. Wir sind... Digga, das... Wir müssen gewinnen. Wir müssen die Tags absammeln. Das ist sehr wichtig, Alter. Aber nur, wenn du mich auch tagst. Ja, du hast recht, auf jeden Fall. Kaiser. Ich bin die Mann betrugen. Ja, ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Wir kriegen keine Tags. Oh, was, Alter. Oh, Gott. Mit einem. Ja, das meine ich. So. Mal gucken, Alter. Ich bin jetzt gespannt. 20,9 für den Papa. Schöne Runde. Sehr... Und ich habe zwölf nicht stetig, Leo. Es lag an dir, doch nur 9 bestätigt. Ja? Okay? Ich habe echt wenig bestätigt. Okay? Nein. Ja, ich habe echt wenig bestätigt, Alter. Ja, das fühlt sich auch mal schön an, besser als Danny in der Runde zu sein. So ist das... Das ist schön. So. Okay, das war es für das Spiel. Wir haben leider verloren, was ziemlich unnötig war. Ich bin Level 15. Du bist level 11. Ja, ich werde jetzt gerade aufsteigen. Okay, nice. Vielen Dank, was du an den Schauen bewährt mit dem Daumen nach oben. Nicht vergessen. Warte, warte. Ich mache doch hier meine Vorratslieferung auf. Mal gucken, ob da was Gutes drin ist. Ich auch, ich auch, ich auch. Oh, drei Klamotten, Alter. Eins von Versace, eins von Gucci und eins von Niobe. Bei mir sind es manchmal so Waffen drin, ne? Ja, ja. Es gibt ja auch Elite-Waffen, die richtig seltenen. Und ich habe Knieschoner bekommen. Nice. Danke, Mann. Ich liebe Knieschoner. Ich bin richtig stolz auf dich. Danke, Mann. So, Knieschoner. Das sieht, nee. Das sieht ganz nice aus. Und Helm, ja. Eigentlich brauche ich keinen Helm. Wozu eigentlich ohne Helm? Ja, Digga. Helm kannst du dich verstellen, ne? Ja, genau. Du hast immer recht. Möglich, ja, ja. Gut, Freunde. Das war es doch mit dem letzten Part für heute. Was heißt mit dem letzten Part? Für jetzt. Der fehlte. Ja, okay. Ich komme wieder raus. Aus, rein. Drei. Zwei. Eins. Schau.